So, willkommen zurück zum Let's Play von Code Vein. Wir machen weiter. Wir sind hier in der Erinnerung von Emily, haben den Boss besiegt und jetzt geht's weiter. Hups. Wow. Don't worry, Yakup. I'll keep everyone safe. I promise. So, next time you meet, you can pay me back on your own gear. Got that? Take care of you guys. Yes, just as I thought. A temperate will has the power to resist the relics' corruption. Soon, humanity will rise to a higher plane of existence. Knowing all, transcending all, and eventually, consuming all. Just wait, Gregorio. In the end, I will come for you. So, let's go. Amen. Hey. Yakumo? No way! It really is you, Yakumo! You're all better, too! That's... That's so wonderful! Sorry it took me so long to get here, but... Well... Don't worry. It was my decision, after all. I... I was supposed to keep you all safe. I'm sorry, Emily. Come on, Yakumo. We like you because you're always pushing forward and not dwelling on the past. We all looked up to you growing up. So pull yourself together already. Sorry. What did I just say? You're still as fierce as ever, aren't you? I really am glad, though. I didn't think I would ever see you again. Thank you, Yakumo. Hmm... I guess stomachs don't know any better. Here. Take this. You're Onigiri! I've been waiting for this. So good. I'm satisfied. That was wonderful. Are you sure you don't want more? You always wanted more. I'm satisfied. Because, you know... Hey, wait. So, Yakumo... There's something I'd like you to do for me. Do you remember... how you used to hold me when I was little? Could you...? Is this all right? Perfect. Thank you. Emily... Uh... Yakumo? You know? I... I've always... Yakumo, I've always... Have... Ah... Hmm... Theil? It... Theger, the... The... I made the playlist for광ian, ok keine ahnung was jetzt gemacht habe du bist ich bin willkommen zurück Gut zu sein, aber ich bin noch in der gleiche Form als ich vorher war. Die beiden sind endlich wieder zusammen. Das ist alles, was mir wichtig ist. Was warst du zu sagen? Du weißt, du sagst etwas. Oh, also... Du wirst rüchtern. Warum würde ich? Ich habe immer liebte... Ihr Onigiri! Ich kann nicht genug! Das ist alles. Was war das? Du bist in Glück. Denn für dich, ich bin froh, dass du so viele wie du möchtest, so oft wie du möchtest. Gut, ich werde warten. Ich bin froh, dass du so viel möchtest. 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 Das war so viel möchtest. In fact, I almost found myself laughing. You, Mido. Hmm, interesting. I don't see little Jack anywhere. Dealing with the successors was supposed to be his job. Saves us a search anyway. Your ass, pal! Gah! Impressed? My guinea pigs have been gifted with the power of the relics. I must say I'm grateful to the children, Yakumo. They were excellent test subjects. Damn you! It's no good! Jack, my boy, you're late. How can you be slacking off when you've got such an important job? I'm here to take back all of the relics you stole. Oh, and do what with them exactly? After all, your vessel is broken. What are you talking about? Oh my, you didn't know this. I gave your precious Eva a little present. You're under the impression that you allowed her to escape. That is incorrect. I allowed her to escape. That's... I installed a prototype in that lovely throat of hers. But then... That means she was already... Damn you! I imagine that she'll frenzy before long, and a frenzied relic will be compelled to seek Gregorio. Do you suppose she's already wandering the snow-capped mountains? Do you see your remains? Mido! I'll destroy you! Do go and see to the successors, won't you? Wie für mich, muss ich sagen, dass ich eine bestimmte Dilderin sagen darf. Geh zurück hier, du wunderschön! Das kann nicht sein, Eva! Eva! Ich muss sie finden. Die ist ja in der Basis, ne, bei uns? Oh! Nicht schlecht. Gibt's hier eine Mistel? Ja, kommst du mit mir mit? Ich glaub, du liebst Giacomo, ne? Und jetzt seine Reiswaffe. Ob ich das nicht gesehen wollte, oder was? Komisch. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr langer Sequenz, ne? Trauriges Ende von Emily. Aber, wie lebt ihr jetzt da weiter? Oh! Ja, gehen wir in die Basis. Ich glaube, da geht jetzt irgendwas vor sich, würde ich mal sagen. Oh, der auch nett. Dann schaue ich mir nochmal hier die Talente von dem neuen Blutcode an. So, da ist er. Feuerverstärkung. Hm. Können wir mal probieren. Kann man auch probieren. Hm. Komm. Mal auf mit, ne. Der Blutkreis enthüllt. Ähm. Unzureichend. So. Meinem Mond. Zuercher von uns. Segenbogen durch den. Ok, wie nehmen wir das? Rot, roter Mond. Nehmen wir auch. Achso. Das geht nett. Kann ich den beherrschen? Nee, kann ich auch nicht. Okay. Dann schauen wir das an. Hast du eigentlich was Neues für uns? Kannst du nochmal? Damis. Damis, Damis, Damis könnten wir machen. Was tut er? Blutsaugende Klinge. Neues, Neues. Ein Talval. Oh, wir haben ja hier Schach. Blutumkehr. Hm. Okay, das mache ich später jetzt. Ich will erst mal gucken, wo es weitergeht. Hatte Eva, ja. Untersuche grad des eiligen Seelen. Hm. Wo ist die da? Ach so, da unten war noch eine Tür, ne? Wo man da ganz weit runter gehen konnte. Ja, da muss man glaube ich hin, aber ich würde sagen, das war's dann mit diesem Part und alles andere dann im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.